hallo meine lieben und guten morgen ja schön dass er mich wieder auf eine tour begleitet heute stehe ich hier an der talstation in mittenwald ja wir sind jetzt hier auf 930 meter das karwendelspitz hat das westliche karwendelspitz hat 2400 und noch ein paar meter dazu ja das ist also recht einfach hier alles man fährt also wie gesagt auf den parkplatz von der talstation hier bei der ausstellung ist eine unterführung da geht es unter der bundesstraße b2 durch und dann befindet man sich ein mittenwalder hütte von da aus über den mittenwalder steig zur karwendel bergstation dann kommt man in den karwendelkessel das ist was sehr schönes ich war vor 17 jahren schon mal hier oben allerdings mit der bahn hochgefahren hat lange gedauert jetzt für meine erstbegehung und von diesem karwendelkessel aus wie gesagt kann man dann auf verschiedene gipfel verschiedene touren nehmen ich möchte das westliche karwendelspitz nehmen abstieg dann eventuell übers dammkar schauen wir mal wie ich schon da oben gesehen habe haben wir noch etwas an schnee drin und ich wollte mich noch etwas an So, das erste Drittel wäre geschafft. Ziemlich unvermittelt taucht die Mittenwalder Hütte auf auf 1519 Meter. Wir haben jetzt 600 Höhenmeter in einer Stunde und zehn Minuten gegangen. Das ist keine schlechte Zeit. Bis hierher ist der Weg technisch anspruchslos, konditionell, ja, mittelmäßig, landschaftlich recht schön. Die Mittenwalder Hütte, anscheinend sehr viel neu gemacht hier, das ganze Aussichtspodest. Ich denke im Sommer und wenn die Hütte wieder offen hat, wenn Corona vorbei ist, sicherlich sehr gut besucht, weil ich zeige euch gleich die fantastische Aussicht, wenn sie auch ein bisschen neblig ist. Aber ich hoffe, man erkennt trotzdem was. Einen wunderschönen Blick von hier oben komplett auf Mittenwald. So meine Lieben, jetzt bin ich noch nicht weit gegangen von der Mittenwalder Hütte. Aber es wird auch langsam sehr steil und Schnee und felsig. Ich habe mich jetzt schon mal in mein Equipment geschmissen, Helm aufgesetzt, weil wie gesagt langsam kommt Felssturz mit dazu. Mein Petzel-Pickel natürlich mit dabei. Ich habe schon mal einen Gurt angelegt. Jetzt habe ich gerade einen Lawinenabgang gehört. Jetzt muss ich schauen, ob das nie genau die Querung ist. Das habe ich auch in einem Tourenbericht für den Winter gelesen. Man muss einmal unter der Karwendelbahn drunter. Das ist kurz vor der Bergstation. Da quert man aber einen Hang und der ist schon für Schneeabgänge bekannt. So, das sind die Bedingungen hier. Auch wieder bloß 50 Meter Sicht, steil. Ich bin jetzt hier am Ganzeck angekommen. Das ist schön. Da habe ich das Ganzeck, aber das sagt mir, dass ich mich vom Klettersteig doch etwas verstiegen habe. Jetzt schaue ich, dass ich doch noch irgendeine kleine verschneite Spur finde. Jetzt sitze ich mal hier an einen Baum gelehnt und mache Brotzeit. Okay, was zu knabbern in Regeln. Den Rucksack habe ich hier am Pitel angebunden, weil es halt doch etwas steil ist. Hier mit einem Schneegetöse und Nebel. Ja, und dieser Rast ist bereits auf dem Rückweg. Also ich habe ja euch vorhin schon gesagt, zum Gipfel, zu dem kleinen Gipfel da. Das war schon nicht geplant. Das war schon ein kleiner Versteiger. Die Sichtverhältnisse sind noch schlimmer geworden. Schnee, Lawinengefahr. Also um mich herum scheppern hier nur ständig die Lawinen. Ich habe mich jetzt auch noch mal klassisch verstiegen. Richtig gründlich verstiegen. Also da waren schon Klettereinlagen dabei. Und habe da kein Weiterkommen mehr gesehen. Ich bin also da jetzt wieder runtergeklettert. Ein Teil des Weges zurück und bin echt froh. Ja, also ich bin so weit gegangen, wie es für mich möglich war. Aber da war dann Schluss. Und jetzt gehe ich einfach wieder zurück zur Mittenwalder Hütte. Und von der Mittenwalder Hütte werde ich dann direkt durchgehen. Das Stück dann noch die Dreiviertelstunde zum Auto runter. Na gut, also ihr wisst es, Gesundheit geht vor. Und jetzt geht's. ja meine lieben und jetzt bin ich wieder im auto zurück ich habe mich schon mal umgezogen weil ihr seht meine schuhe sind ziemlich nass schon mal trockene hose und ein paar frische socken angezogen und jetzt werde ich noch eine brotzeit machen und setze dann gleich mal noch ein statement hinten dran so dann komme ich doch gleich mal zu meinem fazit aus der heutigen tour die begehung des westlichen karwendelspitz ist natürlich leider nichts geworden habt ihr ja gesehen dafür ist eine tour zum gamsegg geworden 1717 meter hoch bis dahin auch ganz interessant die tour an und für sich ist als mittel bis schwer deklariert im sommer natürlich wiederum im winter ist es so der karwendelsteig ist eigentlich generell bis ende juni gesperrt ich denke in erster linie aus versicherungstechnischen gründen aber ganz auch nicht ganz ungerechtfertigt so wie ich das ja heute selber erfahren durfte ich bin zum anfang einer etwas dürftig sichtbar ausgetretenen schneespur gefolgt die führte mich das erste mal schon vom karwendelstein weg auf das gamsegg das ist jetzt überhaupt gar nicht unüblich weil man vom gamsegg wieder aufs karwendelstein zurückkommen kann das gamsegg liegt relativ am fuße oder der karwendelsteig geht am fuße des gamseggs entlang somit ist das jetzt kein dramatischer umweg gewesen wobei bei den verhältnissen ich denke ihr seht das bisschen auf den videos oder dann auch auf fotos 50 meter sichtweite steile schneefelder schwerer nasser richtig sulziger schnee also das war wirklich grenzwertig ich habe dann vom gamsegg den karwendelsteig wieder gefunden bin ich auch wieder ein stück weiter gegangen durchweg aber schon mit einem flaumigen gefühl so also das hat heute alles irgendwie nicht gepasst dann war die spurfindung komplett im eimer da war nichts mehr zu sehen weder im schnee auch von weiten nicht mehr man konnte sich nicht mal an der karwendelbahn orientieren ich habe dann also den karwendelsteig zu früh nach rechts verlassen und bin dann circa zwei stunden freestyle durch schneefelder felsen gekraxelt und geklettert bis mir das risiko einfach so hoch wurde also ja also ich habe dann schon langsam angefangen schiss zu kriegen ob ich da jemals wieder land finde dass ich dann einfach das komplett rückwärts wieder zurück gekraxelt bin und drei kreuze gemacht habe als ich dann an meinem rastbaum das erste mal wieder zur ruhe kam vielleicht war es aber auch ein bisschen schicksal auch das habe ich versucht dass ich dann an meinem rastbaum das erste mal wieder zur ruhe kam ich versuchte in den videos mal ein bisschen aufzunehmen wäre ich den karwendelsteig den offiziellen weg weiter gegangen hätte ich noch zwei recht steile im sommer sind das so geröll hänge im winter natürlich alles voll schnee und da schepperte im rhythmus von fünf minuten ging da ein schneebrett eine lawine nach der anderen runter vielleicht war es also schicksal dass ich den karwendelsteig heute nicht gefunden habe und wie gesagt ich habe alles gegeben also für meine verhältnisse alles probiert um irgendwie zur bergstation hoch zu kommen zumindest erst mal den karwendelkessel zu erreichen schier unmöglich und vielleicht wie gesagt gott sei dank wäre ich den rechten weg gegangen hätte mich vielleicht heute eine lawine ins tal gerissen und das wäre sicherlich nicht so lustig gewesen ansonsten wie gesagt der karwendelsteig im sommer sicherlich mal zu empfehlen bis zur mittenwalder hütte wirklich technisch anspruchslos eine leichte nette wanderung sie ist mit zweieinhalb stunden angegeben wie gesagt ich habe eine stunde und zehn minuten gebraucht das wie gesagt das waren 600 höhenmeter das ist für meine verhältnisse in einer reichlichen stunde 600 höhenmeter das ist schon gut das müsst ihr so nicht schaffen also zwei zweieinhalb stunden sind auch völlig in ordnung bis zur mittenwalder hütte macht es das gemütlich stresst euch nicht von der mittenwalder hütte das erste stück bis zum gamseck hoch auch angenehm hier und da mal ein drahtseil oder ein eisen eingeschlagen ja leicht versichert wie gesagt mehr zum karwendelsteig kann ich euch leider nicht sagen im winter also ich probiere das sicherlich nochmal also man muss halt bloß den weg sehen aber auch wenn ihr den weg finden solltet im winter ist die karwendelsteig begehung schwierig in allen belangen technisch konditionell bereitet euch wirklich akribisch darauf vor topografisch ausrüstungstechnisch das ist wirklich hochalpin und gefährlich also das ist wirklich eine herausforderung und recht gefährlich aufgrund der schneeverhältnisse und auch des steinschlages nicht zu vergessen man läuft permanent unter zweieinhalb 1000 meter hohen hängen das ist alles als schroffiges gelände bezeichnet das kommt daher weil von oben der ganze schotter schon natürlich runter gescheppert ist also auch das habe ich heute alles erlebt neben den lawinen natürlich auch immer ein bisschen leichter steinschlag so eine tour geht man natürlich nicht ohne helm ohne steigeisen ohne pickel geht da gar nichts ich habe auch noch sicherheitshalber schon mein klettergurt angelegt gehabt wandschlinge dabei selbstsicherung dabei also ich habe schon versucht mich technisch auf einiges vorzubereiten aber diese umstände heute das war einfach eine katastrophe und trotz alledem ich die tour abgebrochen habe wie gesagt ich bin nicht einmal bis zur bergstation hoch gekommen war ich jetzt acht stunden komplett unterwegs bin auch gut erschöpft weil diese schneestapferei also hüft hoch also knie hoch war eh die gatten war dauerhaft und zwischendurch auch immer mal hüft hoch das ist natürlich auch anstrengend in solch einem gelände also in dem sinne also immer schön am berg bleiben bis zur nächsten tour ich nehme euch wieder mit ok ciao ja 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 ja